Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus und begrüße euch zu Worsi und mit dabei ist der Master of Disaster und Losi und jetzt könnt ihr euch gegenseitig bei ihnen lutschen. Nein, das ist echt, ihr solltet euch nicht schlagen. Nein, gut, alles klar, die Jungs spielen wieder. Natürlich kann man jetzt nicht sterben, weil wir zusammen in einer Gruppe sind. Master of Disaster, wo sind wir uns oder wo befinden wir uns jetzt gerade hier? Wir befinden uns gerade in Clearview, mitten im Clearview eigentlich, wo wir uns gar nicht hintrauten sollten, weil das ziemlich PvP-Area ist. Also das heißt, hier sind denn quasi die ganzen Computergegner? Ja, die Computergegner. Ich meine die ganzen anderen Noobs, die so schlecht sind wie wir. Wir haben es jetzt sehr, sehr spät, ich sage am besten nicht, wie spät ist es. Nicht 3 Uhr morgens. Nein, nein, wir haben es gleich 4 Uhr morgens, verdammte Axt. Und ja, wie gesagt, wir spielen das wieder, es hat sich eine ganze Menge getan in diesen Spielen. Wir haben vorhin schon eine Aufnahme gemacht, bloß das Spiel ist abgekackt. Also es hat wahrscheinlich immer noch die alten Schwächen. Aber es hat sich grafisch mäßig eine ganze Menge getan. Ja, guckt euch mal das an. Mit Grabsteine. Ja, es sieht richtig geil aus und wir befinden uns jetzt hier in der Police Station. Das ist ja hier so ein Dropshop, kann man ja sagen. Man findet hier eine ganze Menge Müll. Es ist noch ein Evo 3. Was habe ich hier? Eine Jericho, eine Klauenmaske, eine Bengalfackel. Alter, geil, ich nehme mal hier so einen Schießprügel mit. Was ist denn eigentlich hier für das Seil? Was kann ich mit dem Seil anfangen? Wie heißt denn das? Ein ganz normales Strick. Also keine Ahnung, irgendwas kannst du mit dem Bauen bestimmt. Glaube ich jetzt mal so. Ach scheiße, nee, brauche ich nicht. Da draußen ist ein Vieh? Ja. Ach, scheiße. Ach so, warte mal, ich muss ja die Waffe irgendwie umändern, dann kann ich ja die Waffe rausschmeißen. Da gibt es schon noch ein paar Bugs, sieht man ja gar nicht an meinem Kopf. Äh, was ist mit deinem Kopf? Keine Ahnung. Ach so, dass dein Hut und die Haare einfach zu hoch sind, ne? Alles klar. Ähm, habt ihr noch ein bisschen Munition, dann lasst uns einfach mal ein bisschen Zombie anlocken. Können wir machen, können wir machen. Das, was man eigentlich nicht machen sollte. Zack! Wie wechselt man auf Einzelschuss? Wie bitte? Wie wechsle ich eigentlich auf Einzelschuss? Das ist mir selber noch nicht bekannt. Warte. Hätte ich schnell rausfinden. So. Ja, grafisch hat sich ein bisschen was geändert. Das sieht hübscher aus. Und ich muss sagen, für alle Leute, die... Ach so, X. Ach, X ist Einzelschuss wechseln. Ja, wusste ich, aber... Bei einer AKM geht das blöd. Ja, gut. Weiter geht's hier im Geschäft. Und, ähm, für alle, die auf so eine Spiele stehen, es ist, äh, Einsteigerfreundlicher wie, äh, Daisy. Oh, 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 oh. Oh, was ist die Schüsse? Was, 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 was ist die in der? Ja, da hinten. Ja, ihr dürft nicht davor gehen mit eurem kleinen Zipfel-Mützchen da. Wo ist der? Ja, ich guck schon. Äh, und jetzt werden wir live sehen, wie wir hier, äh, richtige Gegner anlocken. Und ich denke mal, wir werden, äh, die Zipfel-Mützen absetzen. Ja. Äh, hinten auf der Straße beim Baum. Den seh ich auf jeden Fall. Treffen, äh, treffen könnte ich, aber töten nicht. Warum nicht? Weil die nicht so viel Scham machen könnte. Oder habt ihr grad mal so eine AW-Magnum hier? Ne. Ich seh, ich seh die immer noch nicht. Oh, bleib, oh, ich komm nicht weiter. Warte, warte, ich tu mal, äh, richtig in Scope gehen. Äh, wollen wir den rufen Friendly oder sowas, oder gleich drauf schießen? Vergiss es, drauf schießen. Hey. Wo ist der denn da ungefähr? Ähm, der ist jetzt... Wo ist das? Wo ich jetzt gerade zu laufe, hinterm Baum. Mach jetzt hier einfach hier, firing mal leise. Schon in die Hose gehen. Ja, das ist, äh, ganz toll. Dann haben wir die Aufnahme wieder gut geschafft. Ja, warum? Wir müssen doch ganz schnell schießen. Schlussworte. Ja, ja. Naja, wir wollten auch nicht so lang machen. Jedenfalls hat sich eine ganze Menge geändert bei diesem Spiel. Es sieht... Granaten. Man kann schwimmen. Ähm, ja, man kann jetzt irgendwann Fahrzeuge, äh, benutzen. Ähm, es ist auf jeden Fall erstmal nur im Testgelände. Ja, im Testgelände. Könnten wir auch noch machen, wenn du dann noch Lust hättest. Nee, heute nicht mehr. Also, das auf keinen Fall mehr. Okay. Oh, oh, ich bin tot! Magnum. Ja, das war jetzt, ähm, das sogenannte Schlusswort. Ich kann ja nochmal die Maus ein bisschen drehen, dass man hier vielleicht noch was sieht. Äh, aber, äh, ich kann hier nichts sehen. Warum muss er mich treffen? Oh, vielleicht kriege ich ihn. Vielleicht kriege ich ihn. Ja, das ist, ähm, ganz toll. Warum bin ich denn immer der Idiot, der stirbt? Der sieht mich nicht. Ich bin mitten auf der Straße, er sieht mich nicht. Ja, aber er hat mich gesehen, verdammte Axt. Ja, äh. Lol, mich hat er auch gesehen. Ey. Mhm. Ja. Ich denke mal, äh, mit diesem kurzen Video. Aber für alle, die ein Interesse haben, mit uns mal zusammenzuspielen, denn ihr könnt euch gerne, äh, melden. Mich sucht er, mich sucht er. Warte einen Moment. Alle. Es sind zwei. Ja, na, ganz toll. Ja, äh, unten findet ihr auf jeden Fall den Link, wenn ihr, äh, das Spiel irgendwo, äh, günstiger werben wollt. Ja, mit den Worten, tja, es ging in die Hose. Wird natürlich ein weiteres Video kommen. Und, äh, ihr seid auf jeden Fall eingeladen, ne, mit mir das mal zusammenzuspielen. Und ihr seht schon, na, haben sie dich auch. Ja, die haben so getan, als hättest du mich nicht gesehen, ey. Ah, na siehst du, die sind halt ein bisschen cleverer wie wir Idioten. Alles go. Ihr seid natürlich eingeladen, mit uns zusammen zu zocken. Mann, hätte ich gleich geschossen. Und, äh, ich danke euch, Jungs, nochmal. Ich werde jetzt erstmal einen Fisch machen. Und ihr könnt dir natürlich die Kommentare zuspammen, wie man das vielleicht am besten spielt. Was es an Neuerungen gibt, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben, etc. Das war's. Danke nochmal an den Master of Disaster und Losi. Tschüss. Ja, und wir sagen Tschüssi. Tschüssi. Ciao.